ARD Text im Auftrag von Funk Au! Fängt das schon wieder an? Ja. Weil wir es können. Ja mach mal ne Ansage. Warum jetzt schon? Wir müssen doch sowieso erstmal tanken. Äh, erster Gang muss rein. Ich dachte nur. Hä? Ich dachte nur. Ne, lass erstmal der Tank in der Ansage machen. Na, wir können doch jetzt schon. Da können wir auch Dingser, ähm, das rausschneiden. Ja, okay. Dann mach ich mal ne Ansage. So, da sind wir wieder. Bolle und Stifti. Okay. Back on Street. Und dann machen wir mal ne kurze Runde. Für uns geht das heute zum Zaunspiegel. Jo. Jo. Sag mal Hallo Stifti. Hallo Stifti. Du sollst einfach nur Hallo sagen an die Gesellschaft. Ja. Hallo. Wieso? Hallo. Hallo. Ja. Wink doch mal. Wink. Ja. Wuhu. Wuhu. Ja. Wäldermäßig ist es ja richtig Bombe, ne? Ja. Bisschen frisch, aber die Sonne scheint. Es geht. Also allzu frisch findest du jetzt auch nicht. Ja. Es ist jetzt nicht Katastrophen-Alarm. Nö. Ja. Wird was zu deinem Bike sagen? Was kann ich denn noch zu meinem Bike sagen? Sonderanfertigung durch Stickers. Sonderanfertigung. Ich hab nen Sticker hier drauf. Vollcarbon. Weil die weißen Streifen wären ja regulär normal. Ja. Normalerweise hätte ich hier rechts und links zwei weiße Streifen. Die wären hinten auf der Soziusabdeckung auch drauf. Wollte ich nicht haben. Und da hab ich den Ducati angesprochen von wegen hier. Kann man auch ohne machen oder nicht? Ja. Und die? Natürlich gar kein Problem. Machen wir. Äh? Aber geldmäßig ist dann ja keine Grenze gesetzt. Richtig. Na oben ist immer offen. Haha. Jo. Ja. Jetzt vor kurzem habe ich auch einen neuen Auspuff ranbekommen. Von Thermik Noni. Super Sound. Echt geil. Ich bin mehr als positiv überrascht. Ja, aber auch weil du deinen DB-Killer rausgenommen hast, ne? Nein, nein, nein. Kann doch keiner wissen. Haha. Ja, aber selbst wenn da DB-Killer drin ist, ist das ein geiler Sound. Ja. Ja. Es ist dunkler geworden. Gut. Lauter natürlich auch. Ja. Ich musste meine wieder einbauen. Ich wurde natürlich angehalten, obwohl wir zu zweit unterwegs waren. Haha. Ja. Wir waren beide unterwegs. An der Alster. Polizei Motorrad kommt da her. Ich dachte, oh oh oh, jetzt sind wir dran. Ja. Nur unser Stift, die war dran. Ich konnte mit ausgebauten DB-Killer weiterfahren. Haha. Ja, echt. Ich hatte für den Tag eine absolute Erlaubnis. Auf jeden Fall würde ich euch auf dem Laufenden halten. Polizisten meinte zu mir, dass ich nur 50 Euro auf mich zukomme. Ich meinte zu denen, ja, das wird man ja sehen, was auf mich zukommt. Ja. Ja. Gleich den Tag erstmal ausgenutzt. Ui. So, jetzt heißt es aber erstmal tanken fahren. Erstmal tanken. Wir machen erstmal cut und später wird weiter aufgenommen. Jupp. Fling. Da sind wir wieder. Brrring. Da sind wir wieder. Au. Achso, rechts klinken sollte ich, ne? Ja, ja. Ja, okay, ist an der Klinker. Oha. Ja. Der hat keine DB-Killer drin. Haha. Glaube ich auch nicht. Dagegen bin ich ja noch leise. Ja, eigentlich schon, ja. Tschüss. Tschüss. Puff, puff. Fahr mal links. Fahr mal rechts. Fahr mal links. Okay. Okay. Tü-tü-tü-tü-tü. Tü-tü-tü-tü. Du musst nichts mehr sagen. Ne, was soll ich denn bitte sagen? Wir haben uns schon längst totgesprochen, Digga. Wie, wir haben uns totgesprochen? Ja, wobei, äh, ja, du siehst noch recht lebendig dafür aus, ne? Was sagst du? Ach, egal. Nein. Oh, okay. Ja. Oh. Okay. Was, oh? Nice. Was? Was am Auto sitzt. Ja, ne Ente. Quack. Quack. Ey, das wollte ich auch grad sagen. Das ist ja total gruselig. Ey, wir harmonieren total. Was ist denn da? Ne geile Braut. Hier. Ja, die Dicke. Die wär doch ne geile Braut für dich. Mh, rrrr, miau. Leckerchen. Welche meinst du, die mit den schwarzen oder mit den blonden Haaren? Das ist dir überlassen. Okay, ich nehm sie beide. Oh, okay. Oh, okay. Oh, hier. Guck dir diese Frisur mal an. Rrrr. Was für ne Frisur, ey. Miau. Ja, klar. Jetzt ein bisschen eilig, ne? Zum Glück wir auch. Ja? Ja. Ich glaub, bei dieser Ampelfase kommen wir nicht mit. Kommt drauf an, wie stark dein Wille ist. Ja, mein Wille ist stark, aber du siehst ja. Ach, muss der davon? Ja, der ist mit seinem Porsche noch rübergefahren. Ja. Das war definitiv rot. Hä, was? Was? Hä? Mach mal ein Brumm, Brumm. Jo. Was denn? Ja. 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 Ja, so ist das. Ja, ja, so und nicht anders. Oh, ich wollte grüßen, aber jetzt hinter der Transporter. Ja, zu spät. Er ist vorbei. Herzensuppe. Sag mal. Entschuldigung, der musste raus. Kam vom Herzen. War pure Liebe. Mhm. Also, schnack mal ein Thema raus. Ja, was für ein Thema. Ähm, wir könnten uns über deine Maschine unterhalten. Was? Ja, du hast ja jetzt über Winter auch eine neue Maschine geholt. Ja, das ist eine... Hast ja auch ein bisschen Futures rangebracht. In Eigenregie. Jo. Also, ich fahre eine Z800E Europa-Variante. Die man... Deutschland... Irrelevant. Also, in anderen Ländern darf man die gedrosselt fahren. Hier in Deutschland kann man auch die normale Z800 nehmen. Ja, Futures-Wert hätte ich mir eigentlich auch die große nehmen können. Aber ich weiß nicht. Ich wollte mich selber ein bisschen zügeln, vielleicht. Keine Ahnung. Irgendwie hat die mir zugesagt. Noch fahre ich gedrosselt. Nicht mehr lange. Ja, noch. Und... Im August, ne? Jo. In August. Ähm, was habe ich dran gemacht? Ich habe andere Bremshebel gemacht, die in grün. Felgenaufkleber... Ähm... Oh. Ja, grüne Hebel, ne? Habe ich gerade gesagt. Achso, okay. Ähm... Krass. Krass. Alter, alter. Jo, hörst mich noch? Ja. Ist gut. Noch höre ich dich. Ist gut. Ich habe ungefähr knapp 100 drauf gehabt. Jo. Jetzt warte ich auf dich. Ja, ich komme mal kurz. Oh, ist das windig. Ja, ein Bodestopf habe ich dran. Eine Doppeltüte. Klingt schön, wenn ein DB-Killer draußen ist. Haha. Aber nur, wenn der DB-Killer draußen ist. Ja, so ist sie halt leiser. Klingt aber trotzdem noch gut. Ähm... Ein anderes Windschild... ...hab ich gemacht. Ja, Fußrasten... ...nochmal. Also so dezente Kleinigkeiten sind das. Ja, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe keinen Plan gerade so. Ja, LED-Blinker. Genau, LED-Blinker. Ja, das Wichtigste überhaupt. Hast ja zum Geburtstag gekriegt, soweit ich gehört glaube, ne? Von dir, ne? Ja, von mir. Die Blink-Ass. Ja... Ich habe keinen Plan, was sonst noch... ...fanden nicht so viel. An der alten Maschine hatte ich mehr. Da hast du mehr dran rumgeschraubt, ja. Ventile einspielen, Ventilspiele einstellen... Ja, ein bisschen. Was hatten wir denn noch? Ach... Lichtmaschine... Ähm... Kupplung... ...und Schnickschnack alles. Na komm, linke Spur. Ja, fahr doch. Mach mal weiter links, oder was? Oh ja, da fahren wir mal. Puff! Ähm... Gleich kommt ein Tunnel. Hallo! Hallo! Aber gegen dein BABA-Bike habe ich keine Chance. Fahr mal rechts, du! Komm mal rechts! Okay. Oh, okay. Aber das Wende... Wende ist ja Bombi. Wende? Der Wende. Ja. Der Gerät. Noch einen rüber? Ja, ja, komm mal. Komm mal, komm mal hier so. Ja, wir müssen ja sowieso gleich ab. Äh... Ich wollte meine Ketten fetten. Scheiße. Eine fette Kette. Ja, meine fette Kette. Meine fette Kette, Kettefette. Oh, Mann! Oh, ein Tunnel! Ja! Ja, der fuhr mir eben bisschen zu leicht ab. Ja. Ein bisschen. Und ich bin ein bisschen leiser, der Tunnel. So ein bisschen. Ja. Aber kann auch gut klingen. Ich versuch mal. Ha, nee. Das ist nix geworden, du. Ah, das wird noch was. Ja, das wird noch was. Ja, war ne geile Tunnelaktion eben. Ja, tschüss. Ja, schon Feierabend? War lustig mit dir die Fahrt. Grüß, grüß mir den roten Arsch. Den roten Arsch? Den roten Arsch, ja. Achja, er hat sein Headset falsch rum. Ja. Ich kann das sieht geiler aus, ey. Jedermanns Sache, ne? Ja, es ist jedem selbst überlassen. Der muss alles nur umdenken. Ob es aber die Funktion ist gegeben. Richtig. Er muss nur halt umdenken. Wo es lauter geht, ist halt leiser. Und wo es leiser ist, halt lauter. Und umgekehrt. Ja, wo vorne ist es jetzt hinten. Und wo unten ist es jetzt oben. Was? Ich soll an deinen Gashand spielen? Nimm mal Hand weg. Hast du doch gesagt. Ja, ja. Schaffen wir das? Oh, blinkt aber noch an. Ja, ja. Dann blink mal. Dann blinke ich jetzt mal in die andere Richtung. Mach das mal. Ich glaube, wir werden verfolgt. Ja, von wem das denn? Ähm. Ich weiß das nicht. Ja, schön. Ja, sehr schön. Ja, ist schon schön. Schönes Wetter. Also, ich bin echt positiv überrascht. Ne, da kommt noch einer. Nach dem können wir dann. Poo-sitiv. Du musst nichts mehr sagen. Du musst auch nichts mehr sagen. Ich will doch was sagen. Aber du unterbrichst mich doch immer. Oh, okay. Hier, nimm den mal mit. Der will bestimmt nach Berlin oder so. Ja, tut mir leid. Er hat leider keine Schuhe an. Sonst hätte ich ihn ja gern mitgenommen. Ja. Egal. Der Wille zählt. Bitte? Der Wille zählt. Der Wille zählt, ja. Sag mal Hallo. 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 Sag mal was. Was? Nochmal? Nochmal. Ah, okay. Jetzt bist du lauter. Hä? Was? Ja, ja. Du bist jetzt lauter manchmal. Ne, du warst die ganze Zeit auf der Autobahn. Warst doch auf jeden Fall zu leise. Aber von der Distanz her? Von der Distanz her bin ich mehr als positiv überrascht von diesen Dingern. Also, die haben eine Reichweite. Das ist krass. Krass. Macht richtig Spaß. Ja. Dann kannst du förmlich hier nach Fehmarn fahren und ich bleib zu Haus. Und wir quatschen immer noch. Ja, ja. Das ist gut. So, wenn kein Bluetooth-Pack dran ist, haben wir noch eine bessere Tonqualität. Und, oh, ein Baba-Bike. Wo denn? Hinter dir. Das war der vorletze. Oh, okay. Du bist nicht mehr selten genug. Kauf dir mal ein neues. Ja, hatte ich auch schon beim letzten Mal gesagt. Ich brauche unbedingt dieses Jahr ein neues Bike, weil ich bin nicht mehr selten genug. Also, das geht gar nicht. Da haben wohl zu viele Geschmack gefunden an einer Ducati Diavel. Ich würde mal sagen, wir fahren jetzt vorbei. Ja, muss ja nicht unbedingt Carbon sein, aber es reicht ja schon, wenn es Diavel ist. Jetzt schon? Ja. Oh. Da ist Feuer. Lösch das mal. Ja, da hat noch einer da ein Ohnfahrfeuer bekissen. Das sieht aus wie Kacka. Oh. Was noch ein bisschen dünstet. Dünstet. Äh. 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 Ja, zur Kamera. Wir haben hier die GoPro 3 Plus Black Edition. Einmal zweimal von denen. Und einmal die 3er. Die Black Edition. Und Bluetooth Pack von Senna. Damit unterhalten wir uns. Ja. Und zeichnen das auch mit auf. Ähm. Ja. Was haben wir denn noch? Super geile Klamotten. Super geile Klamotten. Da habe ich mir vor kurzem auch mal was Neues zugelegt. Habe ich mir gesagt. Okay. Nimm auch mal ein bisschen Geld in die Hand. Ja. Irgendwie. In letzter Zeit nehme ich immer ein bisschen Geld in die Hand. Neue Auspuff. Neue Kleidung. Ja. So kommt der eine Euro zum anderen Euro. Aber wie sagt man immer so schön. Wirtschaft ein Komisch. Jo. Manche haben es, manche haben es nicht. Also ich habe es nicht. Ja. Man sieht es. Oh, Biker. Hallo. Hauptsache der Schutz ist da. Ne. Also das ist das Wichtigste überhaupt. Man sieht es oft genug auf den Straßen. Die ganzen Hyopies. Ähm. Mit ihr kurzer Hose, kurzes T-Shirt. Und Flip Flops. Back to a Mother Shirt. Ne. Flip Flops und Tennis Socken. Tennis Socken. Und dann setzen sie sich auf ihr Bike und fahren los. Total krank. Mann. So. Jetzt. Dir ein Handtuch mitnehmen. Auf ihrem Bike legen. Zum Reservieren. Ja. Ja. Und dann mit dem reservierten Bike mit 120 Sachen in der Stadt rumheizen. Also finde ich ist ein absolutes Sogen. Jo. Man sollte immer ein bisschen Köpchen beim Fahren haben. Man sollte ein bisschen schneller fahren. So 140 oder so. Ja genau. Okay. Ich merke schon, du willst mich schon wieder veräppelt. Ich? Nö. Nein. Die kommen nicht bloß da drauf, ne? Was sagst du? Hä? Die ich da bloß drauf komme. Was sagst du? Okay. Tschüss. Oh, okay. Oh, okay. Was sagst du? Wir sollen den dritten Gang runterschalten und Gas geben? Nee. Hab ich niemals gesagt. Wir sagen so'n Quatsch. Hast du? Das hab ich doch gehört. Na gut, ich warte schon auf dich. Ja, ja. Ja, ja. Heißt, leck mich am Arsch. Das weißt du auch, ne? Mach mal weiter so. Gib's Arschwoll. Ja? Ja. Wirklich? Ja. Kannst du sowieso nicht. Kannst du sowieso nicht. Stopp. Ey. Jetzt bist du bestimmt traurig. Nee, fand's eigentlich ganz geil. Kommt mal nach Marke. Gay. Ach ja. Ja, ja. Aber das Wetter ist echt herrlich. Nee. Ja, dann würde ich sagen, von der Länge müsste es eigentlich schon genug sein. Nö, ich bin zu wenig drauf bei deiner Arschkamera. Nö. Asscam. Asscam? Hier, ich hab noch zwei Kameras. Also, zu wenig bist du definitiv nicht drauf. Oh, okay. Ja. Wir machen von hier an jetzt einen Cut. Ich vermute mal heute hat recht. Alle Morde. Ja, vorerst reicht das, ne? Also, ja. Ja, na gut. Dann filmen wir weiter. Nein. Guck mal, ein Strommast. Äh? Was? Ein Strommast. Jo, ein Strommast. Nein, wir verabschieden uns. Und haut rein. Tschüss. Ciao, ciao.